Teil 41 Verprellt Dienstag, 23.50 Uhr Die gute Nachricht, deine Rippen sind nicht gebrochen. Die schlechte Nachricht, geprellte Rippen tun meist mehr weh als gebrochene, erklärte die Ärztin. Raymond stöhnte unglücklich. Ach, da wär mir die gebrochene Variante lieber. Na, das wäre eindeutig die schlechtere Wahl. Eine Prellung hat auch Vorteile. Das Risiko, die Lungen zu verletzen, ist viel geringer als bei einem Bruch. Auf Raymonds fragenden Blick hin dozierte sie weiter. Eine gebrochene Rippe kann, falls der Bruch nach innen geht, die Lunge verletzen. In so einem Fall muss operiert werden. Aber das ist bei dir nicht nötig. Du kannst aufstehen und nach Hause gehen. Ich gebe dir ein Rezept für Schmerztabletten. Du musst dich allerdings vorsichtig bewegen und darfst nichts Schweres heben. Meistens sind solche Anweisungen überflüssig, da die Schmerzen dir genau sagen, was du tun kannst und was du lieber bleiben lassen sollst. Okay? Raymond nickte. Hast du noch Fragen? Kann ich Gitarre spielen? Die Ärztin lächelte. Probier es einfach aus. Und gute Besserung. Sie warf dem gutaussehenden Begleiter des Jungen noch einen letzten Blick zu und ging in den nächsten Behandlungsraum. Ausflüchte. Mittwoch 0 Uhr 12. Ich habe Kohldampf, murlte Raymond, als er mit wackeligen Beinen durch die Ausgangstür des Krankenhauses ging. Er hatte seit dem Frühstück im Lisboa Connection nichts mehr gegessen. Hört sich gut an. Richtig normal. Ein gesundes, menschliches Bedürfnis. Schauen wir, wo es um diese Zeit noch etwas zu essen gibt. Carlo lächelte das erste Mal an diesem vertrackten Abend. Sie entdeckten die Leuchtreklame eines mexikanischen Fastfood-Restaurants an der nächsten Straßenecke und trotteten schweigend hin. Raymond bestellte sich drei Chicken-Tortillas, während sich die anderen mit Doritos und Salsa-Soße begnügten. Was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht, Detektiv zu spielen? Das hätte fatal enden können. Und am Valencia Place, was ist dort passiert? Fragte Carlo. Genau, Raymond, was ist dort passiert? Hakte Chrissy nach. Sie verspürte überhaupt keine Lust, die erste Frage zu beantworten. Ich schlich Readings Kumpel nach. Als er mit Pflastersteinen die Straßenlaternen am Valencia Place zertrümmerte, wollte ich mich aus dem Staub machen. Da waren plötzlich zwei schräge Typen hinter mir. Ich hatte vorher echt nicht geschnallt, dass mich jemand verfolgt. Die nahmen mich in die Mangel. Das Letzte, an was ich mich erinnere, sind die Springerstiefel des dürren Schlägers. Er trat mir immer wieder in die Seite, bis mir irgendwann schwarz vor Augen wurde. Mitgekriegt habe ich erst wieder was in der Ambulanz. Ich sah verschwommen eine Person mit einer galaktisch krassen Wollmütze. Kam mir irgendwie bekannt vor. An der Stimme habe ich Madison erkannt. Da war mir klar, alles kommt wieder einigermaßen ins Lot. Die heißen Tortillas wurden serviert, und Raymond füllte das Loch in seinem Bauch, während die anderen nur lustlos an den Doritos knabberten. Und ihr hattet euch an Readings Fersen geheftet, fragte Carlo die Mädchen. Ja, er ist in das Walthamstow Stadium gefahren und hat gespielt. Gespielt? Fragte Carlo. Windhundrennen. Er setzt Geld auf Windhunde. Wir merkten irgendwann, dass Raymond den Blonden bis nach Brixton verfolgt hatte und düsten hinterher. Ihr wart ein kleines bisschen zu spät, was? Stichelte Raymond. Immerhin liegst du nicht mehr auf dem nackten Asphalt unter einer Eisenbahnbrücke, umrahmt von einem Kriminellen und einem Haufen Glasscherben, gab Chrissy zurück. Wie hast du es im bewusstlosen Zustand geschafft, eine SMS zu schreiben? Fragte Carlo, dem nicht alles logisch einleuchtete, was die Teens ihm da auftischten. Ähm, stotterte Raymond und bis verlegen ein großes Stück Tortilla ab. Wir waren extrem gut vorbereitet. Jeder hatte Textmeldungen gespeichert, damit wir im Notfall schnell eine SMS schicken können. Rose hat uns doch eingebläut, dass wir immer erreichbar sein müssen, schwindelte Chrissy und schob Dorito-Chips in den Mund. Ja, ich hab Valencia Place getippt und die SMS losgeschickt, als ich dort einbog, bestätigte Raymond mit vollem Mund. Na gut, und was erzählt ihr Rose und Charles? Fragte Carlo. Raymond kaute bedächtig und schluckte den Bissen langsam. Sie glauben, dass ich heute geprobt hab, im Club. Okay, ich hab's. Ich bin beim Gitarrespielen ausgerutscht, über ein Kabel gestolpert, unglücklich ans Mischpult gedonnert und hab mir dabei die Rippen geprellt. Die anderen blickten ihn betreten an. Guckt nicht so, das glauben meine Eltern ohne Probleme. Wirklich. Es passt absolut in das Bild, das sie von mir haben. Ihr werdet's sehen. Ein müdes Lächeln zuckte um Carlos Mund. Er hatte jetzt genug. Besser, er brachte die drei nach Hause. Das war Teil 41 von Scromax und Besuch. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf Scromax.de